Jetzt einfach weiter. Jetzt geht es weiter, warte mal, das ist nämlich der Trick, der Zaubertrick. Das war geil, sehr schön. Das ist ein Nippurello, das kann man ganz auffächern, weißt du? Das kannst du richtig aufklappen und von vorn hinstellen. Und dann kannst du das richtig von vorn hinstellen. Oli, meinst du, es ist okay, wenn man nach 10 Uhr noch Krach macht? Ja. Sag mal ja. Du meinst, es ist okay, andere meinen, es ist nicht okay. Du, jetzt einmal sind wir hier, wenn sich jemand beschwert, dann kaufe ich die Leute. Mit Geld kannst du alle kaufen. Ja, das sagt mein Vater auch immer. Oh, ist oft so, ja, leider. So, guck mal und jetzt kann man noch vielleicht zeigen, wie... Ah, okay, diese Ziehharmonika und so ähnlich. Genau, aber das ist jetzt nicht so schön. Cool. So. Ah, okay. Gut, Dankeschön. Also, das andere auch.